Hallo, ich bin Katharina Strasser und ich spreche die Berghenne Gudrun. Na schön und gut! Eine geschafftige Henne, wie man sich so eine richtige Berghenne heute vorstellt. Jetzt hört's auf, meine Eier zu verschießen! Das heißt Ostern und nicht Western! Endlich einmal richtig besetzt haben dann viele Gesang. Und gerne natürlich alle Dialekte. Das finde ich natürlich an dem Film auch so toll, weil nur Wienerisch da regen sich die in Innsbruck wieder auf, was ich verstehe, weil das ist jetzt auch nicht nur österreichisch. Österreich hat viele Dialekte zu bieten und alle sind leihwand. Also, ab 17. März im Kino, schaut es euch an in ausgewählten Kinos, aber natürlich die österreichische Erstfassung. Also geht's ins Kino, sofort! Eure Gudrun. Die Hesschenschule, der große Eierklau. Jetzt auch auf Österreichisch. Wer denkt sich denn so ein Blödsinn aus? Ist ja gut! Volkhofer Deppertag! Servus! Ab 17. März in ausgewählten Kinos.